Guten Morgen liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Samstag, die ESL-Meisterschaft geht los. Ich war ja gestern beim Aufbau schon dabei, das habt ihr im vorherigen Vlog gesehen. Heute geht es dann endlich ans Eingemachte. Was ich genau da mache und was meine Zuständigkeit ist, das seht ihr auch heute im Vlog. Ich bin etwas spät dran. Es ist kurz vor 8. Denn Scotty hat mich heute um halb 2 und um halb 5 aufgeweckt, weil dem geht es nicht so gut. Der ist ein bisschen krank. Ich mache mir etwas Sorgen um den. Aber mittlerweile geht es wieder. Der ist heute bei meinen Eltern quasi. Und ich fahre jetzt nach Düsseldorf und das ganz, ganz schnell, ohne ein Knöllchen zu bekommen. Wie letztes Jahr im Spring Split 2017 bei der ESL-Meisterschaft. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile da. Am Start. Guck mal, wen ich direkt getroffen habe. Hallöchen. Unleleck me. Das ist unser Arbeitsplatz. Wir observen heute das Ganze. Ich glaube, mit was fängt es an? Wink gegen ESG. Wink gegen ESG wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Match-up. Die Leute sind noch nicht drin. Wir haben jetzt mittlerweile 9 Uhr. Das heißt, eine halbe Stunde noch bis zum Einlass. Das heißt, ich gehe jetzt eben mal rüber, zeige euch, wie die Halle aufgebaut, leer aussieht. Und dann direkt im Vergleich zu den ersten Leuten. Ja, liebe Freunde. Let's go. Ich gehe jetzt aber an. So, das war's mit dem kleinen Einblick, gleich werden die Leute reingelassen, wie gesagt, ich observe heute League of Legends, das heißt Halbfinale eins und zwei, also natürlich heute Abend das Finale, das ist ungefähr so, ich denke mal halb neun soll es zu Ende sein, das wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen delayed sein, weil halt du immer irgendwas hast, was nicht vorhergesehen ist, ich bin gespannt, es ist auf jeden Fall die größte ESL Meisterschaft, auf der ich bis dato war von den Zuschauern her und ich bin gespannt auch auf die Bilder und die Leute, die heute hier sind. Weißt du, was das Wichtigste ist auf einer ESL Meisterschaft? Dass der Eni wieder influenzt. Der ist so hart am Influenzen, das ist gar nicht wahr. Was ist los Alex? Du hast die Tickets, ne? Ich hab die Tickets, aber irgendwie. Hat Poricio dir geschrieben? Ja, ja. Aber mir wurde gesagt, dass der Eni ist halt heute mehr Aufmerksamkeit kriegt als sonst. Da dachte ich so, jo, aber ich bin auch in Aufmerksamkeit. Das ist so nice. Jetzt mal so aus wirklich dringlichen Anlässen. Auf einer Skala von eins bis zehn. Wie findet ihr dieses Hemd? Das ist so geil. Also ich finde... Man muss die Blümchen genau drauf sehen. Freunde. Paul Pancha. ... hier nochmal mitgenommen. Nidinelli, der hat keinen Bock mehr. Der will die Leute ab und wird aber hier gestunnt. Ist gleich wieder mega. Aber auf der anderen Seite sehen wir ihn. Navio rotiert da drum rum. Und Big schnappt sich hier die nächsten Kills. Und eventuell das Game des TP ist bereits schon. Das wird niemals reichen. Big ist hier in der Lage, das erste Game für sich zu entscheiden. Gegen ESG. Ganz starke Kiste. Wahnsinn. So Leute, das erste Spiel ist vorbei. Und das ist die Halle momentan. Wir haben ja auch unten. Ja. Dein Verhalten ist einfach unter alles. Das ist super, super. Und das ist jetzt Game auf jeden Fall. Für so ein Halbfinale schon. Vor allem denke ich mir halt auch einfach jetzt, wie es geht. Ja, sehr mutig. Geht er weit nach vorne. Kassiert jetzt ordentlich Schaden. Elder Drake bereits die Hälfte der HP verloren. Seven Army muss sich da zurückziehen. Auf No Way. Viel zu weit vorne. Viel zu weit vorne. Er muss mit der Ultimate arbeiten. Zack, die Federn. Rooten auf jeden Fall den Tank. Pride hier Beiner da. Und jetzt ist er gefallen. Wunderbar hat sich auf Your Body gekümmert. Oh, der Resettet. Nein, der Resettet. Das ist bitter. Die Gefahr ist auf jeden Fall noch gegeben. Seven Army ist noch verstellt. Oh, das war komplett in die Hose gegangen. Da gibt es nochmal Kritz in sein Face. Das zieht sich da zurück. Da hätte ich ihn sogar feiner noch gelastet. Die übernehmen den. Die können den Finish. Und jetzt ist es Initial gegen Seven Army. Beide sind bei Gold. Oh, Seven Army schafft das Ganze. Man bekommt den Elder Drake. Oh, er bleibt im Deiocube. Was? Was tut denn? Zack. Und jetzt ist das Grid Battle. Kassi mit den Power Plays. Kann da keiner. Aber die Schilde reichen nicht. Warte. Zerstört ihr die Leute mit diesem aggressiven Bild. Und nun ist es das Spiel zu beenden. Es ist ein sauberes Ace. So, mein zweites Halbfinale ist vorbei. ESG hat gerade. Serious Mike ist geroll. ESG hat gegen... Ja! Ja, wir gehen mal auf. Das ist etwas Bissisch. Ich wollte nur sagen, ich bin hier eigentlich gerade am spektaten, das Finale. Jetzt stehen ja 5.000 Leute mittlerweile um uns rum. C8. C8. Polnisch Kasten nimmt zum Gleitsch. Wir sind voll im Game. Wir sind voll im Game hier. SPG gegen ESG. So viel steht's. 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 Oh mein Gott. So viel steht's vor. Und sind offizieller Meister im Frühling 2018. Wahnsinn. Mit einem Mal. Leute. Es ist vorbei. Wir gehen vor die Bühne. Da geht gerade richtig ein Party. 80 Spiele im Surf jetzt den ganzen Tag. 11 Stunden lang. Ich bin fix und fertig. Aber es hat sich auf jeden Fall gelogen. Bin mal gespannt, was gerade da vorne los ist. Ich hab' einen Buben gemacht. Das ist ja so. Aber es ist ja noch kann. Und kein solches Film. Aber den können wir uns altos. Nicht ohne mehr zeigen. Absolut. Eieieiei. Eieiei. Eieieiii. Eieieieiii. Ein großes Applaus für Rob Franny. Ja Kevin, kurze Worte. So geil, endlich wieder. Endlich wieder, nach wie vielen Jahren? 2016 war unser Jahr und jetzt 2018. Es ist Sonntag. Angeblich dieser YouTuber wieder. Ich bin jetzt auch im Video. Melli, du hast immer das Syndrom, wenn die Kamera an ist, dann wird er so zack. Oh mein Gott. Na, was geht ab? Das ist die erste Aufnahme von heute und du hast direkt 50 Leute. Hier ist auch ein Video. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Es ist noch Mittag. Das heißt, die Halle ist noch nicht ganz gefüllt. Gerade läuft das zweite Halbfinale. Das ist eine ATN gegen die Weisen. Warum ich heute so spät bin, hat ein Folgen gefunden. Ich hatte heute eine super unruhige Nacht. Wir waren gestern Abend auf Feiern, es war relativ spät. Und, ähm, ja. Wir hatten das Pech, oder ich hatte das Pech, dass er nach Hause kam. Und Scotty, bei dem geht's ja nicht gut. Und er dementsprechend heute nach fünf, sechs Mal gemacht hatte, raus musste. Dem habe ich nämlich kein Auge zu betar und ich bin so müde. Aber dieses Event will man sich natürlich irgendwie trotzdem nicht begehen lassen. So, guck mal, Björn. Björn ist jetzt im Video drin. Ja, Leute, ich habe jetzt das erste Mal Zeit, mir das Spiel auch mal anzuschauen. Nach den zwei Tagen. Wie ein Daten ist momentan. Die Weisen vs. Outlawix Gaming. Das erste Mal ist das noch. Das erste Mal, also hat er gerade angefangen. Vielleicht habe ich jetzt wirklich zwei Stunden lang non-stop Zeit, einmal ein bisschen zu entspannen. Nix mit selten. Abonniert Björn. Einen Tag in. Nein! Abonniert Björn ist sofort nicht da. Es kann nicht das Ende gewesen sein. Mann! Ja! Mann! 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 Wir spielen so lange, bis Alexander Trap auf der Tribüne einschneidet. Sie brauchen nur diese eine perfekte Runde, aber man redet so einfach davon, es ist zu sch***. Und jetzt ist es abgesprochen, Leitz und Patrick. Machen Sie hier diese Runde klar, gibt es noch eine. Und holen Sie es nicht, ist Euronics auf der dritten Map. Und er geht nach vorne. Patrick, Martin Yassin. 2 und 2. Chris B. Jetzt ist es leicht. Immer eins gegen zwei. Die Bombe tickt. Der FG hat da, aber er muss langsam an die Bombe rankommen. Oh, da ist es! Und links macht es gleich. Ja! 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 Also, das ist aber so ein krasses Match. Es ist wieder weg, aber es ist so spät. Es ging an uns zum Ende. Und ich habe jetzt auch den letzten Problemen. Ja! Waaaaaah! Ironic Summer! Setzt an, Strayed on Nummer 1 und Nummer 2, Nummer 3! Und das war's! So Leute, nach 13 Stunden heute ist der E-Sail-Weister CSGO endlich geklönt. Ironics Gaming hat's geschafft, das heißt sie haben wirklich neu gewonnen als CSGO. Das ist ruhig aus respektabel. Und die E-Sail-Weister CSGO, so lange ist die Kette! Und die E-Sail-Weister CSGO, da kann ich es! Kette ist ab und ab! Was war denn da? Bitte los! Einiges muss ich sagen. Hey, jetzt hast du dein Interview, Dansen. Ja, ihr habt ja jetzt 2 Titel gewonnen, sozusagen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fickerig bist du jetzt? 69! 69! Guck mal hier, ich bin so hier, da ne? Was? Na hier, Niklas hat hier schon mal was drauf gemacht. Niklas Cloud lachen, können wir das bitte festhalten? Mein gutes Image im Internet! Mein gutes Image im Internet! So Leute, das war's mit der E-Sail-Meisterschaft von diesem Frühling. Es war der absolut dober Mal. Ironics, wie gesagt, konnte 2 Titel abräumen. Ich hoffe, der Vlog hat euch Spaß gemacht, konnte wieder so ein bisschen sehen, wie das Ganze abläuft, wer halt da ist, was für Emotionen dabei sind und vor allen Dingen die mega, mega, mega geile Arena, die besonders natürlich gestern zu Samstag rappelvoll war. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts davon passen wollt. Ansonsten, haut rein und bis zum nächsten Video. Also headphones auf titt, dann fall uns mit dem Rahmen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann